Peer Augustinski war ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher, Hörspielsprecher und Hörbuchinterpret. Einem breiten Publikum wurde er Mitte der 1970er Jahre durch die Sketch-Serie Klimbim bekannt. Augustinski lieh unter anderem dem US-amerikanischen Schauspieler Robin Williams seine Stimme. Leben der Sohn eines Konzertmeisters und einer Cellistin erlernte im Alter von acht Jahren das Klavierspiel. In seiner Jugendzeit im Alter von sieben bis siebzehn Jahren wuchs er in der Region von Riednitz-Dammgarten auf. Ab 1954 begann er als Schüler in Neustrelitz mit einem Studium der Musik. 1957 siedelte er in die Bundesrepublik über und besuchte von 1961 bis 1964 die Max-Reinhard-Schule für Schauspiel in Berlin. Theater von 1964 an war er für zwei Jahre als Theaterschauspieler am Fränkischen Theater Schloss Maasbach engagiert. Weitere Stationen seiner künstlerischen Laufbahn waren das Städtebund Theaterhof, das schleswig-holsteinische Landestheater in Flensburg sowie die Bühnen der Städte Kiel und Köln. Augustinski agierte in Klassikern wie Die Gerechten von Albert Camus, Die Räuber von Friedrich Schiller, Die Ratten von Gerhard Hauptmann, Tod eines Handlungsreisenden von Arthur Miller und im Rahmen der Bad Hersfelder Festspiele 1978 in der Diener Zweierherrin von Carlo Goldoni. Im Anschluss war Augustinski als freier Schauspieler tätig. Von 2001 bis 2005 absolvierte er mit Efraim Kischens Trauerspiel Es war die Lerche eine Theatertournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Obwohl er ein vielseitiger Musiker war und sechs Instrumente spielte, darunter Schlagzeug, Cello und Klavier, nutzte er diese Fähigkeit nie professionell. Film und Fernsehen Im Jahr 1975 wurde Augustinski von dem Regisseur Michael Pfleka für das Fernsehen entdeckt und erlangte durch dessen Sketch-Serie Klimbem einen hohen Bekanntheitsgrad. Ebenfalls unter der Regie von Pfleka und neben Ingrid Steger spielte er zeitgleich in der Comedy-Fernsehserie Zwei himmlische Töchter. In den nachfolgenden Jahren blieb Augustinski in Film und Fernsehen eine feste Größe. Er wirkte in Literaturverfilmungen wie Christine Brückners Jauche und Lev Koyen und dessen Fortsetzung Nirgendwo ist Pönnichen sowie Feuchtwangers Exil mit, in Klamaukfilmen wie Drei gegen Drei der NDW-Gruppe Trio, Familienserien wie Unsere schönsten Jahre neben Elmar Wepper und Uschi Glas und Krimiserien wie Der Alte und Derek oder der Fernsehreihe Das Traumschiff. Darüber hinaus fungierte Augustinski von 1992 bis 1995 als Moderator der SAT.1 Showman O'Man und präsentierte 1998 auf Kabel 1 das Satiremagazin Fiktiv, das im Folgejahr mit der silbernen Rose von Montreux ausgezeichnet wurde. Synchronisation ab Mitte der 1980er Jahre war Augustinski zudem umfangreich als Synchronsprecher tätig. Vor dem Hintergrund seiner Theatererfahrung und Musikalität besetzte ihn Arne Elsholz erstmals auf Robin Williams als redegewandter Radiomoderator in Good Morning, Vietnam. Seitdem galt Augustinski als deutsche Feststimme des Charakterdarstellers. Im Zuge des Oscar-Gewinns für Good Will Hunting schickte Williams ihm eine Replik der Trophäe mit den Worten, Thank you for making me famous in Germany. Darüber hinaus synchronisierte er international bekannte Kollegen wie Dudley Moore in Santa Claus, Jeff Daniels in Dumm und Dümmer, Jean Reno in Zwei irre und ein Schwein und Tim Allen in Aus dem Dschungel, in den Dschungel. Im Zeichentrickfilm Asterix in Amerika sprach er die Titelrolle des zaubertrankgestärkten Galliers, in der Disney-Produktion Aladdin den Flaschengeist, Ginny. Darüber hinaus ließ er dem Cowboy, Woody, in den ersten beiden Toy-Story-Filmen und der Fledermaus Bartok in Anastasia von Don Bluth seine Stimme. Weniger bekannt ist, dass er Regisseur Peter Jackson in Bataste und Dom Jolie in der Serie Trigger Happy TV synchronisierte. Als Synchronsprecher des britischen Comedians Steve Pemberton lie er über 20 Figuren in der Fernsehserie The League of Gentlemen seine Stimme. Hörproduktionen Per Augustinski hat neben seiner Synchronsprechertätigkeit auch Hörbücher aufgenommen, darunter Die Nachtwächter, Gefattertod und Abdi-Post von Terry Pratchett sowie mehrere Kriminalgeschichten von Edgar Wallace und Kinderhörbücher wie Elisabeth und Die knallharten Piraten von Richard Hamilton und Mein 24. Dezember von Achim Bröger Zudem übernahm er Gastrollen in verschiedenen Hörspielserien wie Gruselkabinett, Geisterjäger John Sinclair, Sherlock Holmes und Das Sternentor. In der BR-Hörspielserie Der letzte Detektiv sprach er von 1985 bis 2008 in den Folgen 5 bis 42 die Rolle des Computers, Sam. Im Jahr 2007 wirkte Augustinski in der Rolle des Pontius Pilatus an der ersten inszenierten Lesung der Bibel nach Martin Luther mit, die von der Deutschen Bibelgesellschaft initiiert wurde. Privatleben Per Augustinski war der Cousin des Theaterschauspielers und Synchronsprechers Rolf Schult. Aus seiner ersten Ehe mit Ute Augustinski stammen sein Sohn Per Augustinski und seine Tochter Olivia Augustinski. Olivia ergriff ebenfalls den Schauspielberuf und war unter anderem in der ARD-Serie Marienhof zu sehen. Per Augustinski war seit 1972 in zweiter Ehe mit der Schauspielkollegin Gisela Färber verheiratet. Aus dieser Ehe stammt sein Sohn Bernd. Am 5. November 2005 erlitt Augustinski während einer Produktion für ein Hörbuch einen Schlaganfall. Seitdem war er pflegebedürftig und halbseitig gelähmt. Diesen Schicksalsschlag beschrieb er in einem Buch. Im Rahmen mehrerer öffentlicher Auftritte in Sendungen wie Johannes B. Kerner berichtete Augustinski über die Folgen seiner Erkrankung und seine Genesungsfortschritte. 2007 übernahm er in der Klang des Herzens wieder die Synchronisation von Robin Williams, nachdem er in Lizenz zum Heiraten noch von Bodo Wolf ersetzt werden musste. Im Juni 2008 trat er in Köln erstmals wieder bei einer Lesung von Chandler M. C. Goose Thriller eiskalt auf. 2010 erschien sein Buch aus heiterem Himmel. Mein bewegtes Leben vor und nach dem Schlaganfall, in dem Augustinski seine therapeutischen Erfolge mithilfe des von der Physiotherapeutin Doris Brötz konzipierten Trainings schildert. Er selbst las auch das Hörbuch ein. Am 3. Oktober 2014 starb Augustinski, keine zwei Monate nach Robin Williams' Tod, im Alter von 74 Jahren in einem Kölner Krankenhaus, nachdem er nach einem epileptischen Anfall immer schwächer geworden war. Er lebte zuletzt in Overrath bei Köln. Auszeichnungen 1999 Silberne Rose von Montreux für Fiktiv 2009 Synchronzuhörer preist die Silhouette in der Kategorie Lebenswerk-Synchronschauspieler. Auszeichnungen 1999 Silberne Rose von Montreux Silberne Rose von Montreux Auszeichnungen 1999 Auszeichnet Die 2.